Moin Leute, heute wollen wir uns ein paar grundlegende Begriffe der Logik anschauen. Diese Begriffe benötigt ihr in fast jedem Studium, welches auch nur im Entferntesten mit Mathematik zu tun hat. Wir wünschen euch viel Spaß! Der erste Begriff, den wir uns anschauen wollen, ist die Negation. Stellt euch vor, ihr habt eine Aussage A gegeben. Dann sieht ihre Negation folgendermaßen aus. Man sagt dazu auch nicht A. Schauen wir uns direkt ein Beispiel an. Folgendes ist unsere Aussage A. Mathe meint ist cool. Was ist dann unsere Negation? Genau, Mathe meint ist nicht cool. Eigentlich mega easy. Es gibt aber eine Kleinigkeit, die man beachten muss. Diese wird am folgenden Beispiel deutlich. Unsere Aussage B ist, alle Männer trinken Bier. Was ist denn hier die Negation? Viele von euch würden vermutlich sagen, kein Mann trinkt Bier. Das ist aber leider falsch. Die Negation von alle Männer trinken Bier ist nämlich, es existiert mindestens ein Mann, der kein Bier trinkt. Also, wenn ihr irgendwas mit alle lest, dann ist das Gegenteil immer, es existiert mindestens einer, bei dem das nicht so ist. Wenn ihr euch diese Besonderheit merkt, dann kann nichts passieren. Kurze Info noch zum Schluss. Eine doppelte Negation ergibt wieder die ursprüngliche Aussage. Somit ist nicht nicht A gleich A. Damit sind wir mit den Negationen auch schon durch. Als nächstes wollen wir uns nun die sogenannten Jungtoren anschauen. Angenommen, ihr habt zwei Aussagen A und B gegeben. Der erste Jungtor ist die Konjunktion und sieht folgendermaßen aus. Man spricht das als A und B. A und B ist genau dann wahr, wenn A und B wahr sind. Der zweite wichtige Begriff ist hier die Disjunktion. Die Disjunktion sieht wie folgt aus. Man schreibt das Ganze als A oder B. Diese Aussage ist wahr, falls A, B oder A und B wahr sind. Das bedeutet, dieses oder versteht sich als und slash oder. Um zu überprüfen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist, gibt es eine sogenannte Wahrheitstafel, aus der ihr direkt ablesen könnt, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Diese Tabelle sieht folgendermaßen aus. Wir wollen uns nun ein Beispiel anschauen, um den Inhalt der Tabelle zu verstehen. Wir haben die Aussage A, die sagt, die Sonne scheint. Außerdem die Aussage B, es ist Sommer. Jetzt haben wir einen Tag im Januar, an dem die Sonne scheint. Wir wollen nun anhand der Tabelle überprüfen, was für Aussagen mit Jungtoren gelten. In welcher Zeile der Tabelle befinden wir uns? Genau, in der zweiten. Was gilt nun für A oder B? Genau, diese Aussage ist wahr. Schließlich scheint ja die Sonne, womit A stimmt. Dass B nicht stimmt, ist kein Problem. Die Aussage war ja A oder B. Und A und B? Genau, das ist offensichtlich falsch. Schließlich sind nicht A und B gleichzeitig erfüllt. Und nun die letzte Spalte. In der vorderen Klammer steht A oder nicht B. Das ist wahr, da ja nur A oder nicht B wahr sein muss, da wir ja ein oder haben. Dann folgt nach der Klammer ein und. Das bedeutet, damit die gesamte Aussage wahr ist, muss auch die hintere Klammer wahr sein. In der hinteren Klammer steht nicht A oder nicht B. Wieder haben wir ein oder. Das bedeutet, nur eine Aussage muss wahr sein, damit die gesamte Klammer wahr ist. Nicht B ist wahr und somit ist die hintere Klammer wahr und dadurch auch die gesamte Aussage. Das war auch schon das Wichtigste zu den Jungtoren. Überlegt euch gerne mal Aussagen und überprüft sie. Das ist eine echt gute Übung. Natürlich könnt ihr aber auch in unserem Beispielvideo vorbeischauen. Als nächstes wollen wir euch nun die Quantoren vorstellen. Quantoren dienen in erster Linie dazu, dass man sich Zeit spart. Der erste Quantor heißt Existenzquantor und sieht wie folgt aus. Man spricht ihn als es gibt ein. Beispiel, ihr habt folgenden Satz. Es gibt einen Lehrer, der Johannes heißt. Dann könnte man das mit dem Existenzquantor wie folgt schreiben. Ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass es nur genau einen Lehrer gibt, der Johannes heißt, sondern mindestens einen Lehrer, der so heißt. Wenn ihr ausdrücken wollt, dass es genau eine Person gibt, dann nutzt ihr folgendes Symbol. Zum Beispiel bei der Aussage, es gibt einen Papst, der Franziskus heißt. Da gibt es ja tatsächlich nur einen. Wenn man sagen möchte, dass etwas nicht existiert, dann nutzt man folgendes Symbol. Als nächstes gibt es den sogenannten Alquantoir. Der sieht so aus. Man spricht ihn als für alle. Hat man beispielsweise die Aussage, alle Hunde sind blau, dann kann man das auch so schreiben. Zum Abschluss von diesem Kapitel wollen wir uns nochmal eine mathematische Aussage anschauen, die man mit Quantoren vereinfachen kann. Für alle x existiert ein y, sodass kein n existiert mit x ist gleich n mal y. Stellt gerne kurz auf Pause und versucht die Aussage mit den Quantoren zu schreiben. Die Lösung sieht folgendermaßen aus. Nice. Das wars auch schon wieder zu diesem Kapitel. Als nächstes wollen wir uns nun noch die Implikation und Äquivalenz anschauen. Als erstes zur Implikation. Angenommen ihr habt eine Aussage A und B. Dann schreibt man aus A folgt B folgendermaßen. Aus A folgt B ist nicht das gleiche wie aus B folgt A. Stellt euch vor, Aussage A ist, man spielt Fußball. Und Aussage B ist, man macht Sport. Dann folgt aus A, B. Denn wenn man Fußball spielt, dann macht man auch Sport. Aber wenn man Sport macht, dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass man Fußball spielt. Es könnte auch sein, dass man eine andere Sportart macht. Wenn jedoch gilt, dass aus A, B folgt und aus B, A, dann hat man eine Äquivalenz. Diese schreibt man folgendermaßen auf. Damit haben wir nun auch schon die wichtigsten Grundbegriffe kennengelernt. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video helfen konnten. Falls ja, dann würden wir uns über ein Like und ein Abo von euch freuen. Ansonsten machts gut, haut rein, bis bald.